ARD Text im Auftrag von Funk 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 Mach einfach einen Spawner drunter, Wasser drunter und dann irgendwohin, lass mich das machen, das mache ich. So, ich suche jetzt erstmal eine Rubber, wutz. Wenn ich Rubber finde, sage ich es dir dann ja. Ja, erstmal habe ich Birke. Stimmt, Birke brauche ich auch schon seit 1000 von Parts, weil ich endlich dieses Beanhouse her spawnen will. Beanhouse? Ja, es gibt hier Bienen. Ich wollte Imker, ich wollte ein staatlich geprüfter Imker werden. Geht doch klar. Staatlich geprüft. Von Falco wahrscheinlich. Imken. Ja, wahrscheinlich. Ich werde imken. So. Ich bin jetzt hier in diesem Hissling-Wald-Ibungs-Leon, falls du mich suchen solltest. Ist das Rubberwut? Ja. Na, dann hole ich jetzt. Außer. Haben wir noch Rubberwut? Wir haben gar keine Männer, das ist braunselig. Mhm. Richtig schlimm. Das ist echt nicht cool. Ich gehe im Dunkeln auch noch jetzt, wenn es dunkel wird, gehe ich im Wald. Ich gehe los. Ich bin schlau. Dann mal kommen. So. Aber seconds flanzen auch ganz schön schöne so viele Bäume an. Also da hat er alles. Dschungelbäume. Mhm. Wo ist den hier im Dschungel? Ähm hinter unserem Brut. Fack ist super. Hinter unserem Brutstück. Das ist ja ein ding. ich muss mich auch ein bisschen mit eichenholz rumtreiben hier aber das problem ist wenn wir kein rubber haben ja richtig hart gefickt weil zu werber braucht man schon eine menge die ganzen aber ohne es ist so komisch ohne fall aber einfach alles ruhig ist man merkt richtig ja die stille so übereingeht so wie macht man denn diesen richter da wo man den rubber mit abkratzen kann keine ahnung wieder heißt aber ich weiß was du meinst es ist dunkel genau zwei krieger ich habe richtig das ist nicht witzig ich bin der jungfrau ja aber das ist der hier ist jetzt keiner hochgegangen also hier sind schon zwei hochgegangen das ist das problem ich habe ein bisschen arg okay das ist nicht hatten nur noch fünf kopper cable ich war original noch ein kopper cable brauchst du noch kopper weil ich hatte nur ne menge ne kopper haben wir selber ne menge das ist das problem ich höre ne spinne und wir haben unser alter wie die auf mich springt wir haben unser meserator leon wie geil leon komm her was noch ist mal ein bisschen level fahrne du musst herkommen muss ich muss gar nichts doch bitte ich muss gar nichts wo bist du denn eigentlich auf jeden fall mit dem meserator und können uns mehr erze machen als vorher das ist cool aber ich weiß gar nicht ob wir benutzen werden ach das ist das der verdoppelt oder was diese erze ja das ist das ist auf jeden fall nice den habe ich schon sehr sehr lange gewartet sehr sehr lange oh wer hat eigentlich von uns einen timer gestellt ich nicht ich auch nicht keine ahnung wenn er keinen sieht ok ich habe jetzt einen timer gestartet würde ich sagen wir hören einfach bei einer viertelstunde auf dann sind wir glaube ich 20 min rum habe ich das vergesse ich immer wenn ich alleine mit nur mit drei vier leuten und drei leuten aufnehmen und vergesst immer und da ist aber auch so ich hab was vergessen weil man sich halt immer so mitziehen lässt von anderen weißt du so und dann immer redet dann noch weiter und der kinder ahnung richtig schlimm genauso genauso das ist teilweise das ist dann wahrscheinlich noch der letzte part den wir jetzt aufnehmen werden ja bin ich auch dafür das ist denn dünger bitteschön das habe ich aus diesen blauen kristallen wovon wir irgendwie viel stacks haben wir haben übelst ep gebracht deswegen war ich irgendwie auch instant level 30 ja in der wüste gab es auf einmal zwei stellen wo die richtig auf der wand waren habe ich sie nie wieder gefunden also ich würde sagen das haus entsteht schon mal ja nein das ist jetzt nicht richtig assi das ist scheiße hast du wenigstens im web gepennt nein also du spawst da wo wir am anfang direkt bespawst oder wo spawst du diese scheiß viecher das ist ja nicht gefickt oh junge die haben wer 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 ich will auch wissen was sind das die auf wenigstens sind die erst sind war aber wird deswegen wird es wohl ein stück ich fliege jetzt erst mal bei falco den einmal wieder zurück ich kann da gucken ob falco rubberwood hat er gesagt oder rubber hat er gesagt dann könnten wir uns wissen äh rubberwood alter nicht so wenig rubberwood oder rubber rubberwood hat er ja gut denn immerhin setzling nehme ich mich mit ich hoffe das stimmt ja mit setzling könnten wir richtig rubber farmen ja ich mach mal bald so eine richtig fette tour alter das mal die ganze mal die ganze map erkunden so jetzt erst mal gucken was mach ich denn jetzt noch und ich seh nichts außer dir schenkt dir flüge dass du fliegen kannst und halt dich fest an deinen träumen wenn du sie verlangst drei ja dann mach das du bist dein zigartig und kannst funkeln wie weißgold ja es gibt tage da könnte man zu den sterben greifen hast du sie komm käfte und wer ja gleich wieder ne dioristung war ne ne ja ja instant gleich die geos verbrauchen ähm warte ich nehme mal erde mit und baue ähm ne spawner volle diese äh der spawner ist da drüben ne da drüben bei dem großen baum ja warte zeig es mir gleich ich hole erstmal hier erde er sagt mir wenn du patch bist pack eben das aus dem meserator in den du gehst so ich bräuchte noch eisen eisen habe ich ganz viel ich hab ja ich hab das schon so weil ich brauch einen eimer ein eimer ein eimer ein eimer ja ja ein eimer haben wir aber auch ja hab ich jetzt gemacht alter das schwert ist aber schon gut was du mir gegeben ist dafür schwer das blaue das ganz schön nice wer ist okay wenn ich hier das laba weg nehme welche laba das ist für ein kessel ja ich brauche laba wenn du sie verlangst muss sie nach oben momentan benutze ich den kessel ja nicht ja kannst du nehmen auch unbedingt knochenmehl wer dabei gehabt aber wir haben noch rubber bar warum sagt ihm keiner was halt nicht nur sag doch mal was tschuldigung mensch 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 so was brauchen wir noch also körper 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 und dann okay ich brauch körper 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 aber ich hab so unser körper sogar dabei ohne witzig ich hab jetzt gerade plastik gemacht ich bin so schlau du hast die wahrenmechanics war aber sowas von ich hab grad scheißplastik gemacht ich brauch kein plastik ahhh schwein fickt euch doch alter warum ist der der stört nicht also wir haben jetzt im stück ich brauch immer noch einen scheiß rubber ein einziges so lehnert wo ist jetzt was die neue maschine ne der spawner so dahinten ich seh in dich hinein ich seh dass du einsam bist doch ähm wir müssen in die richtung einmal da äh siehst du da hinten die nethersteine ja wo die nethersteine sind da meinst du den äh genau unter dem baum unter dem baum ist das wann siehst du dann ob es richtig war dein herz sagt dir was du tun sollst ja ich weiß ach das ist immer so ein baum wo ein spinnspawner ist wenn du wieder ein baum mit äh spinnweben dran siehst ist immer ein spinnspawner da dann ist das so viel verreckt das meinte sie guck zu lassen guck zu lassen in der höhle drunter oder wie äh nein 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 direkt unter dem baum stand ist der spawner das hier weiterführen alles was du tust kommt äh boah alter schmiede ey so kopf spiele sache ja ja wir aber auch wir auf jeden fall auch ah alter das fiss mich grad mega an wieso mach ich noch einen scheiß rubber mit normalen aluminium kann ich was machen ich hab keine ahnung aber pack's nicht in den ofen ok ich braue jetzt einfach ein stück holz ab sorry jungs ich glaube jetzt einfach ein stück holz von einem anderen grundstück als ob sich hier scheiß drauf ohne witz als ob sich jemand jemand beschwert ja glaub ich auch scheiß holz doch ist richtig wo die Da kannst du deinen Baum wiederhaben. Du bist eigenes Weg als normalen Mühe. Schau mal da jetzt. Dann stelle ich jetzt hier einfach ein Schild hin. Hab ich netterweise ein bisschen Platz genommen. Äh, ein bisschen... Robber. So, Treppe auch fast fertig. Na guck mal, geht eigentlich schnell, ja? Hab ich jetzt nicht so gedacht. So, schnell wie ne Treppe. So, geben wir snacken. Und weiter geht's. Hab ich in dieser Folge, wenn alles gut läuft, das Jetpack. Okay. Was ist dein Ding, alter? Krass. Ging ja schnell dann. Ja gut, die Ressourcen sind ja alle da, aber es ist halt immer da nur die Energie fehlt, weißt du? Hm. Das ist das Problem. Das ist mein Problem, was ich da an der ganzen Sache sehe. Wie kriegt man eigentlich diese, äh, Energie normalen Batterien da? Da, diese RE-Batterien. Musst du unten eingeben. Oh, das ist doch schön. So, wie heißen wir denn? Dinger hier. Der. Da! Der E-Batterie. Und ich sehe nicht aus, dass ihr schenkt dir Flügel, dass du fliegen kannst. Und halt dich fest, da für einen Träumen, wenn du sie verlangst, wie laut unten und sei, wer, der, der du sein sollst, denn du bist dannzigartig und kannst funkel weiß-gold. und ich sehe nicht aus, dass ihr schenkt dir Flügel, dass du fliegen kannst. Und halt dich fest, da für einen Träumen. Oh, viel. Das Richtig Dinger, kann man, kann man, dass da ja underlying oder, ich weiß es nicht, ich glaube ja. Den auch da reingeworfen Oh ja, wir haben Rubber Nice, one Klappt er jetzt, ja? Naja, jetzt muss ich gucken Das ist offen zu Jawohl, wir haben sechs Koffer-Cable Und jetzt Au Jetzt brauche ich noch ein Ich muss eine Badbox bauen, alte Scheiße Ich brauche jetzt ganz viele RE-Batterien Ich wusste nicht, dass das so teuer ist Brauchen wir erstmal eine Badbox Erstmal drei RE-Batterien Nee, die sind gar nicht so teuer Voll okay Naja, die gehen, die gehen eigentlich Das ist, das ist Das ist super Leon ist so ruhig Wieso ist Leon so ruhig? Entschuldigung Ist er konzentriert, oder was? Ja, ich schweig schweig greife mich die ganze Zeit vom Spanner an Äh, dann stell da Stell da eine Fakten drauf Brauch ich dir einen vorbeibringen Ich hab ja mich Leute, es sind einfach schon vier von den Viechern da Hätte ich auch nicht gemacht Alter, ich brauche Rubber Äh, ich brauche Dings Okay, das habe ich Ah, jetzt habe ich einen Fettacke erledet Schlauer Junge So Das ist das auch schon mal gemacht Kann man doch Naja, okay, noch nicht sehen lassen Aber ein bisschen So, R1 Dann fahren Kim Silber, Nickel, Jim Eisenbahn Dann wäre es gar kein Tin mehr Tin Sehr seltsam Wir haben so viele Ressourcen, aber kagelt Ja, und hast du noch Tin? Ist ja gestorben Nee Ähm, ich Hätte Noch Ja, ich hätte sechs Tin Tin Eigend Eigend Brauchst du die? Kannst du gerne haben Bis jetzt brauche ich die noch nicht Also bald gehe ich sowieso noch mal in die Hülle und so Ja, dann nehme ich das mit, danke Das wäre echt freundlich Kein Problem Ich glaube, dass Ja, bis jetzt kann ich sowieso noch nichts damit anfangen, weißt du, deswegen Oh, geil No problem Handschuhe Kein Problem So, dann haben wir 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11 10 11 11 11 13 11 13 13 14 14 16 15 15 16 vererde an seine denkst du nur so das ist richtig schlimm auch ich gar nicht ist so das ist ultra schlimm ja es reicht gerade so gerade so gerade so wir haben jetzt auch in keiner keinen copper gar nichts rein gar nichts so 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 Junge jetzt musst du es nur noch aufladen dann hast du ein Jetpack alter du bist glaube ich denn der erste ja ich glaube die anderen sind also wir haben wenige Parts aber so produktiv sind die anderen glaube ich weniger oh wir haben ein Jetpack aber ich brauche unbedingt noch eine andere Energiequelle weil mit dem Generator kommst du echt gar nicht weit das ist das Problem ich muss mal kurz machen weil das stört mich ein bisschen wenn der Zaun so tief ist ist so ein Solarheld Dreck scharfer oder das ist schon teurer Ich bin jetzt ganz oldschool, wir fördern den Generator einfach mit Kohle an, muss ich nicht raus. Oldschool. Ganz, ganz oldschool. Und jetzt ziehen wir unser Jetpack an. Oh Junge, ich kann fliegen, ich kann fliegen. Das ist ja nice. Jawoll. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Dicker, ich kann fliegen. Jetzt pack ich mich. Du kannst ja irgendwie langsam hochfliegen mit M oder irgendwas war da. Ja. Dicker. Oh. Oh. So, wie lange müsste die Aufnahme noch gehen? 16 Minuten sind wir jetzt. Ja, locker. 4 Minuten noch. Locker, easy. Komm mal über dir. Ah. Ey, nice. Das ist nice. Ah, davon geht schnell die Batterie, oder? Ein bisschen? Aua. Du kriegst ja auch 2,5 Damage. Also beim Fallschaden. Achso, von ganz oben oder was? Oder allgemein? Ja, allgemein. Also wenn du nicht kurz vorher abbremst, dann wirst du auch ein bisschen falsch haben. Achso, okay. Ja, Peter. Ein halbes Herz. Also du musst dir unbedingt noch Quantum Schuhe machen. Quantum Boots. Ich glaub, dadurch kriegst du gar keinen falsch haben mehr. Achso, was die Federfall 5 oder so? Ja, oder sowas. Genau. Ich glaub ich verzaube auf jeden Fall meine Schuhe. Platte, Federfall 4. Ja. Geht doch. Dummo Stadt. Ich hab Explosionsschutz. Hey, hey, hey. Leon, hier. Hier, Leon, Leon. Guck über dir. Guck. Na, 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 na. So, ich glaub in der nächsten Folge werde ich mir vornehmen mal ein bisschen... Da kannst du Jetwag mal probieren. Bisschen mal überall hinzureisen, mal ein bisschen Sachen zu erforschen. Ja, ja, ich lock... Also wir sind jetzt auch soweit. Du, ich. Würde ich mir mal sagen. Dann dir jetzt Opfer sagen. Geilen Grundstück. Einfach richtig geil. Und... Ich würde sagen, ich beende diesen Part einfach mal. Richtig geilen Part. Ähm... Ja, er hat echt Spaß gemacht, auch wenn Falco nicht dabei war. Das war nicht leider schade. Aber... Die... Vier vorherigen... Vier oder drei vorherigen Folgen habt ihr ja mit ihm gesehen. Und... Ähm... Danke nochmal an Anthony, dass er dabei war. Ja, kein Problem. Immer noch dabei im Rest. Genau. Ja, ne? Also mit ihm macht's echt Spaß aufzunehmen. Ähm... Ja, und Leon sowieso. Wen ja genötigt mit ihm aufzunehmen, ne? 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 Naja... Naja... Lachen wir mal weiter so. Ja gut, dann haut rein Leute. Und... Ciao.